Topmodel, aber wie kommt man denn rein ins Modelgeschäft mit Ausziehen vielleicht? So versucht es zumindest Juliane, die ist nicht nur zum Playmate des Jahres gewählt worden. Mit so vielen Auszeichnungen für ihr Aussehen muss es jetzt eigentlich ganz einfach sein mit dem Model, oder? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020